hallo und herzlich willkommen zurück zu small land ich habe jetzt immer das hier abgebaut dafür konnte ich den tisch dahin stellen jetzt gehen wir noch die anderen sachen holen und dann sind wir komplett umgezogen ich möchte gerne zu den wurzeln ja bitte ich aussehen irgendwie so leicht so unsere sachen es war aus und bin ja jetzt gerade noch mal aber und die richtung da in die richtung was auf keinen fall es war nicht ach hier sind armeisenbau deshalb kann man nicht ich muss in die richtung armeisen voll daten sind auch immer angreift jetzt leckt das jetzt schon da warum hier ist noch so ein armeisen baulock baulock ich bin ja hier nur verwirrt und die macht mir nix nur die soldaten ameisen jetzt gleich hier um die ecke geschaffen kann ich sagen dass hier so viele soldaten ameisen gibt noch mal muss genau in die andere richtung ich muss da lang muss ich mir mal merken also ich komme hier oben da von meinem ballon bauen runter laufe dann hier diese wurzel entlang also die hier bis ich zum sandstrand kommt aber den sandstand ich da heute noch angehen wollen ich dir noch was sieht so aus ich brauche dringend ob ende was kann so nicht weitergehen so da hatte ich doch noch ein kronkorb und ich bin mir einfach an der seite liegt auch noch einer da kam ich denn hier lang kam ich hier hin das sieht mir nicht danach aus bin doch schon wieder falsch oder da auch die andere seite aber und wo aus irgendwas stimmt hier nicht warum leckt das hier so windows update hier kam ich rüber und hier geht es zu meiner eule hier geht es zu meiner eule und hier ist das hier alles abbauen das rausnehmen Bauhammer ist wo? Auf der Auf der Nix Bauhammer Da Die Acht Rosini 1 Das Essen aus der Brasilien Ganz mal ein Schwerter Durch die Hand, deshalb geht das nicht Keine Kotte Ich hoffe, es sind hier allzu viel da runtergeblümst Dann wieder Ich glaube, hier lang Ah, der Kronenporten Da Können wir ja mal gucken Ganz über Nee Fahrrad denn Das ist der Grashüpfer Ich bin schon wieder falsch Natürlich bin ich falsch In eine ganz andere Richtung Ich habe mich auch gewundert, warum es hier noch Fasern gab Da ist unser Baum, ne? Okay 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 Ah, zumindestens habe ich nur einen Baum. Guck mal, man kann ja dann immer vor Stück weiter ziehen. Wenn ich denn möchte, gehe ich zu dem Baum da hinten. Guck mal, mach mein Lager da hin. Oder? Da ist da kein Ballon. Ja doch, aber da war der Aufgang so doof, ne? Glaube, das war das. Wenn wir kommen, jetzt ist schon Wetter und ich kraxel einen Baum rum. So, Gebäudeteile, einmal Wand, woanders rum. Aber hier lässt sich chill nicht bauen. Das ist doch da an. Jetzt ist es vor meinen Augen, die spawnt. Oder? Kann ich mit einem mittleren Mausten das hier so schnappen? Warum leckt das hier immer so? Das ergibt im Moment gar keinen Sinn. So, kann ich noch irgendwas Nützliches bauen? Interaktiv. Das Ding habe ich. Was ist das? Auf einer des Holz. Dafür brauchen wir aber zuerst... Also, wenn ich das gesehen habe. Malediven. Oder... Nee, wie heißen die? Sag mal. Das ist ja unspielbar. Warum ist das so? Äh? Den chill ich nicht. Aber es ging doch die ganze Zeit. Aber stimmt hier nicht. Ich glaube, ich muss mal den Rechner neu starten. So kann ich nicht spielen. Okay, jetzt war mal die Aufnahme zum zweiten Mal abgebrochen. Ich hab hier es einfach nicht. Ich bin jetzt tagelang gut und jetzt auf einmal... Und es gab doch gar kein Update hierfür. Small Land. Ich hab hier es halt nicht. Ich hab hier nur, dass ich hier von den Dinger noch ganz viele brauche. So. Ei, Ameisen. Wisst ihr? Ihr könnt auch ohne angreifen. Geht doch. war ich hier schon. Nächstes sollten wir vielleicht Richtung... Wer ist der Typ? Kalif? Gehen. Warte. Ich bin auf der Karte. Das fängt schon wieder an zu lecken. Ähm. Da. Nee. Schakti. 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 Ich muss auf der andere Seite auswählen. Ich sammle mal gleich Sachen für ein Bett und so. Wir brauchen unbedingt den verbesserten Hammer. Okay. Schakti. Ursa. Da. Da hat uns ja... Ding und Sing... Geschickt. Ding und Sing. Ich denke, das ist ein Ausrufezeichen. Sollte ich mal testen, ob ich den Marker umbenennen kann. Aber den kann ich nicht. Das ist nicht richtig, oder? Das wäre ja dann eigentlich auf der anderen Seite. Mann. Äh. Holz. Holz. Aber was denn los? Großeninsatz. Hört man das? Feuerwehr. Polizei. Kann das unterscheiden. Die haben verschiedene... Ähm. Ja. Töne. So. Ich mach hier mal ein Fundament. So. Auf die Seite. Da hin. Dann baue ich... Äh... Gebäude. Na, Plattform noch vorne. Witzig auf der anderen Seite. Glaub nicht. Doch. Hier, ne? Komm schon. Snapp dich da ran. So. Wo ist dein Problem? Steht der? Nichts steht er. Kann halt nicht bauen, wenn ich oben draufstehe. Und doch. Geht. Nein, man muss halt nur aufpassen. Passt ja das gleiche hier. Mal schauen. Weiter weggehen. Und dann... Wann snapten. Nicht benötigt. Das ist aktuelle Unterfüßung. Ja gut, dann mach hier so ein Fundament nochmal hin. Okay. 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 So. Ist auch nicht egal. Das kostet ja gleich. Nicht genügend Material, aber Fundament im Wasser kann ich halt nicht bauen, ne? Deshalb. Ähm... Ja, hallo, ich sehe dich. Na ja, wo ist er hin? Aber eventuell sollte ich mehr Waffen wangen. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Das sind die Bienen. Das ist nicht gut ausgegangen. Ja, war... Deshalb gehen wir da mal vorbei. Richtung... Schakti, schakti, schakti. Das könnte man ruhig ein bisschen mehr lesen können, oder? Okay. Das ist mir ja nichts, oder? Gut. Glück gehabt. das ist ganz viele sachen sammeln wenn ich hier kämpfen will zum beispiel mit dem ding da hinten würde ich gerne vorher ja ein bett bau und jetzt morgen kann ich den beklopfen erfordert holzbeil das ist ja irre richter nektar saaten und blütenblätter wie cool ist das denn ich habe saaten kann ich denn mit den oder mit den saaten konnte ich doch das verbesserte holz machen und mit dem verbesserten holz konnte ich mir eine spitzhacke bauen war das nicht so kann ich das hier sehen bei kompendium ne bei kodex 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 hier primitives bein ich brauche schittin wenn ich was schittin das doof okay was habe ich den saaten gebraucht arz feuer stein ach so feuer stellen welchen ich nicht habe das war die uhrzeit das wird gleich nach leute wir müssen schon wieder nach hauen welches hier ist genau in die richtung noch mal zurück okay hallo schlitterming wenn ich den schon mal hier liegen habe muss ich den kaputt schlagen ging nicht anders okay dann glaube ich jetzt mal zurück bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen gehabt euch gut und tschüss